Wenn der TNT-Mann zweimal klingelt, hat er meist ein Paket von Apple unter seinem Arm. In diesem Fall sollte in dem Päckchen das gerade noch so als Neuheit zu bezeichnende Smart Battery Case von Apple stecken, das wir jetzt für euch auspacken werden. Messer gezückt und los geht's! Im Karton selbst liegt nicht viel mehr als die 120 Euro teure Akkuhülle selbst. Wir haben die Variante in Anthrazit bestellt, die farblich gut zum iPhone 6 und iPhone 6s in Space Grau passt. Alternativ ist das Smart Battery Case auch in Weiß zu haben. Das dürfte dann besser zu silbernen iPhones passen. Die beigelegte Anleitung ist eigentlich unnötig. Nehmt man die Hülle in die Hand, weiß man gleich wie der Hase läuft. Oberes Ende leicht nach hinten biegen, iPhone einschieben, fertig. Andere Akkuhüllen sind da deutlich komplizierter. Das Case liegt dem Buckel zum Trotz gut in der Hand. Die leicht angeraute Soft-Touch-Oberfläche sorgt für mehr Grip. Das kennt man so bereits von Apples Silikonhüllen. Wie sich Apples Beitrag zum Thema Schutzhülle mit integriertem Akku in der Praxis schlägt, könnt ihr schon bald auf MacLive.de nachlesen. Wir freuen uns auf eure Fragen in den Kommentaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017